Rentenerhöhung. Heute am 01.07.2020 gibt es die höhere Rente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Gratulation, es ist geschafft. Heute am 01.07.2020 gilt es für alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland, es gibt die höhere Rente. Die Rentenanpassung ist durch, denn seit dem 5. Juni, das wissen vielleicht die meisten gar nicht, 2020 verschickt die Deutsche Rentenversicherung schon die Rentenanpassungsbescheide für die aktuelle Rentenanpassung. Im Osten sind es 4,2% mehr Rente und im Westen sind es 3,45% mehr Rente. Wir sagen eine super Rentenerhöhung. Wir hatten im Jahr 2019 im Vergleich zu 2018 eine super Lohnentwicklung. Der Nachhaltigkeitsfaktor, der auch in der Rentenerhöhung eine wichtige Rolle spielt, hat sich auch positiv entwickelt. Das ist der Faktor, der das Verhältnis zwischen Rentnerinnen und Arbeitnehmern ausmacht. Die Rentenerhöhung kommt ca. 26 Millionen Rentenempfängern zugute. Davon sind auch viele Doppelrentenempfänger. Die Voraussagen für 2021 sehen nicht so gut aus. Die Deutsche Rentenversicherung hat in einer ersten Prognose schon mal mitgeteilt, dass es wahrscheinlich für den Westen keine Rentenerhöhung geben wird und für den Osten nur eine Rentenerhöhung von 0,7%. Das liegt daran, dass die ostdeutschen Rentnerinnen und Rentner aufgrund der Rentenangleichung Ost an West einen Anspruch auf eine Rentenerhöhung definitiv haben, egal wie die Lohnentwicklung nun ist. Ob es so weit kommen wird, das wissen wir einfach nicht. Wir warten da auf jeden Fall ab und schauen jetzt nicht gleich sofort in die Glaskugel, sondern am Ende des Jahres kennen wir die Zahlen. Und wir hoffen für alle Rentnerinnen und Rentner, dass es im Jahr 2021 auch wieder eine Rentenerhöhung geben wird. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.